Jo ich würde schon immer machen vom höchsten Punkt wo wir hin können runterspringen zwar von hier geil ne sind wir auf der Flasche vom Daily Planet obendrauf geil wo wollten wir jetzt nochmal hin äh nach da irgendwo müssen wir einmal da rumfliegen glaube ich jetzt ist er irgendwie exakt in der Mitte weil wir kommen da glaube ich nicht rein ne ne da kommen wir nicht rein ne da kommen wir nicht rein ne was haben wir denn in Metropolis so ne Wittel Bohemian da wollen wir nicht hin das machen wir mal mach dir keine Sorgen aber du befindest dich im Zentrum eines Vulkans es handelt sich um Altra Humanites Notfrachtraum finde und aktiviere die Konsolen seines Raketensystems und transportiere die Fracht zu den Wachtturm Teleportern wo sie sicher gelagert werden kann wo ist die Gorilla Insel ne Was ist das hier denn Cooles ? Koffern ? oder was da will ich hin das wird dauern ich will jetzt erstmals nur diese dumme Gorilla-Inseln ist ich will das betreten um ob man die nötige Universität der Universität ist was die Oli sind viele Feinde Auer Auer auch das Viecher hier will ich nicht bleiben also die Koffer-Universität wohl nicht den besten Ruf ja was ist das jetzt Akkommas Heilmutter ich will hier durch den Teleporter rein ach das sagt man nicht schade aber das ist cool Akkommas aus also wird der Papi schnell sterben die äh sterbe ich weg hier das ist kein guter Ort gucken wir nochmal auf die Karte ich hab nicht wirklich keinen Plan wo diese Gorilla-Insel ist hier ja schon mal nicht ja hier ist diese Brücke die es nichts führt genau hier kann man ja auszoomen so nicht ja was gibt's hier so wo ist die komische Gorilla-Insel? naja wir gucken jetzt mal bei Gotham hier gibt es keine Insel und bei Metropolis schau mal was ist das für eine Insel? was ist das hier? hier wollen wir hin so jetzt will ich noch raus nach Metropolis und gucken wo die Gorilla-Insel ist so jetzt wo ist das jetzt so jetzt So, wo die Gorilla-Insel ist, wird es immer noch nicht angezeigt, leider. Oh, und hinter unserer Basis werden wir belagert. Von seelenlosen Sklaven. Ich habe Meister Faust enttäuscht. Achso. Faust wehenden. Meine frische Seele für Faust. Oh, ein Level-Vierer. Ja, jetzt können wir das natürlich nicht mehr machen, ne? Wenn ich mich da nicht mehr dran erinnern an diese Mission. Erhebt euch und folgt dem Befehl eures Meisters. Wussten wir das machen? Wie lange wir dafür braucht, wie geil. Ich habe auch auf ein Duell mit Jim. Wo ist der? Ah, da. Die Gorilla-Insel ist es mir trotzdem nicht. Oh, ein Exo-Bart. Ein Aggro. Ich werfe den mal raus. So. Wo ist denn jetzt diese geile Gorilla-Insel? Warte mal, hier gibt es einen Teleporter, den ich noch nicht kenne. Steelworks. Kann man da rein ohne DLC? Probieren wir es aus. Oh, hier ist ein Ausrufzeichen. Oh, hier ist jemand. Kannst du sie sehen? Madam Dear hockt auf dem Theater und ruft gierig mit ihrem verfluchten Amulett das Nicht-Körperliche an. Nimm ihr diesen Talisman weg. Benutze ihn, um die Seelen der Nicht-Besessenen zurückzurufen. Yo. Wo ist sie denn? Hier ist sie. Eine frische Seele für Faust. Du wirst mich niemals besiegen. Oh, jetzt wenn wir Seelenlose überwältigen. Ist sie das hier seelenlose? Oh ja. Du bist echt mein Held. Das ist aber schrecklich schwer. Ich glaube, das ist so eine Low-Emission, ne? Die ist so besiegen, scheint nichts zu bringen. Das war krass. Hey, danke Kumpel. Das war krass. Die nächsten seelenlosen Sklaven. Du bist echt mein Held. Die Magenten, oder wie auch immer die heißen, scheint das ziemlich egal zu sein, dass wir dir an Sklaven hier gerade am Verprübeln sind. Ich gebe dir gleich Eindringling. Danke, Kumpel. Bei denen reicht es schon einmal, diese komische Attacken zu machen, denn was, dann sind sie schon dood. Du bist echt mein Held. So, erstmal hier wieder eine typische Deckung gehen und das haben wir abgeschlossen scheinbar. So, das war wirklich eine Level-5-Mission. Voll geil. Ah, das ist wieder ein Lowey, der versucht mal die... Komm mal, was ist ein Testspiel eigentlich? Ach, ist das Gruppe gegen Gruppe? Cool. Brauche ich aber erstmal eine Gruppe, ne? Das ist ja cool. So, also suchen wir uns mal eine Mission, würde ich sagen. Äh, Standort. Fangen wir mit China, äh, China Town an. Ja, Minotaurot besiegen wir jetzt einfach mal. Kann ja nicht schaden, mal ein paar Leute zu besiegen. Bisschen Missionsflaute jetzt derzeit, ne? Aber okay. So, wo ist denn jetzt hier Minotaurot? Ich werde dich aufspießen. Oder auch nicht. Nee, ich will auch nur Minotaurot finden. Nein, gib uns herz. Mann, hör auf, du komischer Marodeur. Nein, hör auf, du komischer Marodeur. Ich will nur Minotaurot suchen. Da ist er ja. Ja, Minotaurot, dann können wir platt machen, das ist schaffbar. Vor allem, wenn er sich jetzt wie gerade vorhin nicht wie wir wehrt, ne? Oh, oh. Ich werde dich aufspießen. Sehr gut. Okay, dann war, okay. Dann können wir gleich den nächsten. Kann ja nicht schaden, so ein bisschen hier was zu machen, aber oh Gott, das machen wir alles jetzt in der nächsten Folge. Ich werde dich aufspießen. Ich werde dich aufspießen. Ja, danke. Deswegen ist es interessant. Ja, danke. Danke. Ich werde dich aufspießen. Vielen Dank.